Was geht ab Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde mit Greta. Was seid ihr denn für Freunde? Mensch, das letzte Greta Video hat irgendwie 170.000 Klicks. Was ist denn da los? Danke dafür erstmal. Achso, was ich noch sagen wollte. Mega geil, 5000 Abonnenten irgendwie in, keine Ahnung, 10 Tagen. Was ist denn da los bei euch? Dankeschön. Macht Spaß. Schön, dass es euch gefällt. Jesus, was ist da los bei euch? Oh, mir fällt auf, Tankweichtelt. Noch Reiter, die Tankweite beträgt noch drei Kilometer. Herr Kapitän, bitte landen Sie. Noch zwei Kilometer, Herr Kapitän. Ich bin ein geborener Optimist. Noch zwei Kilometer habe ich bis zur Fahrschule, das schaffe ich. Dann hole ich Greta ab und dann fahren wir glaube ich schleunigst tanken und machen eine Prüfungsvorbereitung. Die ist nämlich bald soweit. Zieht euch rein, viel Spaß. Intro und dann geht's los. Hab ich irgendwas falsch rumgemacht. Moin Greta. Hi. Komm schnell rein, bevor du nassst. Wir springen mal hier rüber. Ja. Hi. Hi. Du bist voll fame jetzt, ne? Ich hab das auch gesehen. Voll komisch. Ich hab gar nicht mitgerechnet. Ja, ich auch nicht. Ich war auch überrascht. Also die Fahrstunden, das funktioniert ja immer gut. Aber dass sie darauf so eskalieren, das habe ich nicht gedacht. Was sagen die in der Schule? Ja, das geben auch immer so Sprüche ab. Ja? Bist du jetzt verdrückt? Ja. Denk ich nicht. Wie geht's dir sonst so? Gut. Ja? Ja. War nur letztes Mal irgendwie. Knockout? Ja, irgendwie komisch. Jan sagt, du schreibst doch irgendwie Klausuren und so. Hast du im Moment... Ja. Donnerstag schreib ich meine letzte. Spanisch. Aber das geht. Ich kann nur hola, que tal. Und donde esta la biblioteca? Ja, genau. Das war's. Dann hört's auf. Oh, äh. Mille grazia, aber das ist was anderes eben. Kann ich eh nicht, glaube ich. Wie geht's dir gesundheitlich? Auf dem Dampfer wieder? Cool. Cool, cool. Jetzt müsste der Ton so normal sein, weißt du? Sonst ist immer nämlich der Scheißung, der macht so bupp, 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 bupp. Oh. Da eskalieren die mal. Wer hört sich das denn an? Da ist auch ne Kamera. Ja, ja, genau. Viele haben dann da drunter geschrieben, ob man das irgendwie mal filmen kann, wann man wie reagiert. Dann hab ich die einfach da drunter geklemmt und dann können wir jetzt, also wenn man so, was weiß ich, rechts vor links kommt oder so, dann sehen die, wann du die Kupplung drückst und wann du bremst und so. Fall all eyes on you. Okay. Also beleuchtungstechnisch und sowas hast du da alles auf dem Schirm mit den Farben der... Ja. Also Fernlicht, was? Blau. Ja, cool. Und Nebelschlusslicht? Gelb. Oh, weißt du, wo man das einschaltet? Nee. Ein Lichtschalter, so wie jetzt ist der ja ein, ne? Ja. Und da hast du unten drunter einen Knopf. Ah, ja, das ist Nebel. Ja, und dann geht das dann. Genau. Wenn du mal auf die Tankreichweite guckst, da steht jetzt Strich, 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 Strich Kilometer. Ja. Da steht eigentlich manchmal 50, 49, 20, 30, 10, 12, 9, 4, 8, 1, 0. Okay. Aus irgendeinem Grund steht da jetzt 0. Das heißt also, bevor wir richtig richtig losfahren, halten wir einmal an der Tankstelle. Hast du das schonmal gemacht? Mhm. Cool. Tanken wir den Heersch mal wieder voll, damit wir auch loslegen können. Okay, wenn dir alles passt. Ja. Ich bin ready. Ich brauche. Na, alles startklaube. Ich drücke mal die Daumen, dass du es auf jeden Fall bis zur Tankstelle schaffst. Ich hoffe, das war doch. Soll ich rechts rein? Ich glaube, wenn du... Weißt du, wie der Scheibmischer angeht? Ja. Und wenn du den nach... Das ist für hin? Das geht auch? Oder was? Genau, so ist es automatisch jetzt. Ja. Wenn es mal richtig hardcore regnet, machst du den ganzen Hebel nach oben. Und je weiter du den nach oben machst, je krasser wischt der dann und hört dann gar nicht mehr auf. So, ne? Jetzt kannst du so einfach wieder Automatik lassen. Alles klar. Ja. Ja, nochmal kontrollieren. Nicht das ja. Geht ja nichts zu schneiden, Nadja. Ich glaube, die haben die falsch rum reingemacht. Die kann man in die Kamera falsch rum reingemacht. Wie kommt die denn allein? Nein. Jetzt läuft. Also, ziehen wir los. Ich würde sagen, wir fahren einfach geradeaus so über diese Fußgängerspur. Hier, ja? Ja, ja. Achso, ja. Wenn du von dem Parkplatz kommst, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Dann musst du auch hier den checken. Ja. Denn dadurch, dass du von dem Parkplatz kommst, hast du halt nie Vorfahrt. Wegen dem abgesenkten Bordschneiden-Dings. Bitte? Nicht sehen, sehen sie nicht. Da. Was ist mit ihr? Die wartet auf uns. Nein. Okay. Dann ziehen wir langsam hoch. Ja, genau das ist gut. Weißt du, wenn du so losfährst und du fängst direkt an zu gucken, dann sieht der Prüfer, du hast ein allgemeines Interesse am Straßenverkehr. Und das ist gut, weil zehn Prüfungen macht er am Tag. Am Ende fahren wir rechts weiter. Der beobachtet alle mal gleich. Wenn du direkt schon von Anfang an anfängst, super zu beobachten, dann guckt der nicht mehr ganz so genau hin. Genau. Ist aber okay, wenn du dann den ersten einfach nimmst. Warum bist du da so langsam herangefahren? Weiß ich nicht, eigentlich hätte ich Erfolg gemacht. Ja, genau. Wenn du das nämlich machst, also manche Faschler sagen dann ja, ich wollte vorsichtig sein, falls noch einer kommt oder so, dann irritiert das den Prüfer, weil der beobachtet das, guckt dich an und denkt sich dann, warum hat sie geguckt? Nein. Er fragt aber nicht. Und wenn er sich nicht sicher ist, testet er das einfach noch zwei, drei Mal und fährt dann nochmal so rechts vor Linksecken ab. Und dann links weiter. Hier, wenn du das so siehst, kannst du ja jetzt schon. Genau. Das hier zum Beispiel ist eine Lücke, wo man so hätte denken können, naja hätte ich vielleicht geschafft, ist aber nicht so wild. Also das Wichtige ist, dass du dem Prüfer verkaufst, dass du sicher bist. Und das machst du ja nicht, indem du so knappe Lücken nimmst und dann so reinballerst und das dann halt nicht gut. Hätte vielleicht funktioniert und selbst wenn es knapp gewesen wäre, sagt der Prüfer ja nicht. Oh Greta, sehr gut, das war knapp. Es ist besser, wenn du das schaffst, diese Lücke abzuwarten und die Autos ziehen zu lassen. Oh, da war Bahnübergang. Was? Bahn, Bahnübergang. Bahn, Bahnübergang. Bahn, 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 Bahn... Ach, Bahnübergang, oh guck, ja guck. Ja, ja. Schreiben die Leute in die Kommentare, die haben nicht geguckt, Bahnübergang. Guck mal, da lassen sie direkt die Tankstelle hier nehmen. Genau. Aber ich muss auf den zweiten nehmen. Aber ich würde auch den ersten nehmen, also noch langsamer. Fahre ich hier oder? Also nein, ich meinte, dass ich in den... Genau, das würde ich eher machen, weil so hast du viel mehr Kontrolle. Korrekt. Guck mal, die Zapfsäule, also der Tankstelle ist auf meiner Seite, ne? Ja. Zu welchem? Guck mal, hier, wenn du hier reinfährst. Dann die letzte, nehmen wir die letzte. Okay. Mach ruhig noch ein bisschen rüber. So, 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 noch ein bisschen weiter. Tick-tock. Korrekt. Gang nimm raus, Handdrepp sitzt hier an. Sauber. Maschine kurz aus. Bist du oder soll ich? Ich. Alles klar. Boah, warte mal, vielleicht kann ich, vielleicht kann ich eine Kamera hier draußen. Nimm die hier. Machen wir eine Tankcam. Alles klar. So. Also erstmal auf die Säule gucken. Genau, drück einfach drauf, dann müsste das aufspringen und dann siehst du meistens schon genau... Warte. Ja genau, jetzt kannst du das da einhängen, wenn du es toll machen würdest, kannst du einfach runterhängen lassen. Das ist ein Schatzi. Ja, ja. Oh, danke. Alles klar, gerne. So, dann... Yo. Guck mal, wenn du das siehst, der ist immer dicker als die. Wisst du das? Das heißt, wenn du ein Benzinauto hast, würdest du den da gar nicht reinkriegen. Mhm. So. Genau. Jetzt kannst du... Ja, mach nochmal leiser. Genau. Ja, mach nochmal leiser. Genau. Ja, dann mach leiser. Okay. Ja, dann mach leiser. Ja, dann. Mach mal. Jetzt läuft hier die. Läuft die Uhr. Ich hab mal an der Tankstelle gearbeitet. Echt? Und manchmal ist das passiert, dann haben die Leute Benzin zerfähne und Dieselautos geschickt. Das geht. Die passen ja da rein. Die Dieseldinger passen nicht in die Benzina. Aber Benzin passt in diesel. Ja. Dann kommst du nur zwei Kilometer und dann ist die Feierabend. Dann geht nichts mehr. Ja. 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 Für die, die nicht wissen, wie das geht, das Ding schaltet alleine ab, ne? Also nicht, dass... Ich hab mal versucht, immer nackt zu tanken. Also wenn das Ding irgendwann voll ist, macht das ja so plack, ne? Dann hab ich immer die Pistole ein bisschen rausgenommen und immer so ein bisschen weiter nachgefangen. Ja, das geht. Ja, das geht. Und dann hat einer von einer anderen Zappschallin so geschrien, der so, hey, 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 was los? Und der Überlauf von dem Tank ist nicht oben, so wie man denkt, sondern der ist unten über dem Rad. Und dann hab ich immer so, genau so wie jetzt. Jetzt ist das fertig, ne? Und ich hab immer ein bisschen nachgefangen. Und das läuft dann aber über das Rad einfach raus. Wusste ich nicht. Ja, aber nicht so viel. Ja, genau. Und ich leh' einfach so nach oben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, doch. Zack. Fertig. Genau, und den machst du wie so einen Apothekendeckel einfach wieder. Ein bisschen rein. Zack. Zu. Wunderbar. Ja, ich geh schnell rein und bezahl. Alles klar. Warte, die Kamera klemm ich noch eben hier rein. Oh, ich glaub, das ist gut. Muss ich abhauen? Nein. Ah, ah. Geht da damit wieder? Ja, gut. Ah, mit Tank quitt. Gut, dann schmeißen die Kerre an. Dann ziehen wir endlich los hier. Jetzt steht da auch wieder noch 8.000 Millionen Kilometer. Muss ich hier jetzt eigentlich flinken? Wenn du dir in der Prüfung die Frage stellst, soll ich blinken oder nicht blinken? Dann blink ich einfach. Blink einfach. Äh, genau. Das weiß zumindest jeder, dass du wieder los hörst. Ja. Okay. Später wird man bequem, dann blinkt man nicht mehr. Ja, ne. Boah. Okay, super. Genau, und dann am besten links rum weiter. Upsa. Das ist mal übel hier rauszufahren, weil man nicht so gut sieht mit den Bäumen rechts und links, ne? Ja. Da ist es taktisch manchmal sogar cleverer, nicht ganz so weit da rein zu fahren. Also nicht ganz so weit nach vorne, dass du so ein bisschen zwischen den Bäumen hergucken kannst. Was überhaupt mit Temperatur hier? Ne. Na ja, 22 Grad. Geile Idee. Hast du irgendwas, wo du so sagst, boah, davor habe ich am meisten Schiss in der Prüfung? Spurenwechsel. Spurenwechsel? Also, weiß ich nicht, wenn ich so auf einmal die Spur wechseln muss. Und was bedeutet für dich auf einmal? Ich weiß gar nicht mehr. Guck mal, da steht das nächste Hailing noch ein bisschen langsamer. Vielleicht macht er auch die Tür auf, rennt raus, sei da einfach ein bisschen vorsichtiger. Egal wo lang, rechte Spur, ne? Wuhuhu, sie ist ja das meine. Okay, kein Ding. Ähm, klären wir aber gleich. Okay. Wir fahren dann rechts weiter. Dazu brauchst du eigentlich nur so ein paar basic Sachen im Kopf, dann ist das für dich ganz einfach geklärt. Also, du musst dir das so vorstellen, wenn der Prüfer nichts sagt, dann will der ja immer geradeaus. Und es ist in Deutschland zu 99,9 Prozent so, dass wenn du zwei Spuren hast, so wie wir jetzt auch, dass die rechte Spur immer kontinuierlich geradeaus geht. Wenn du das im Hinterkopf hast, also du willst ja möglichst eine einfache Prüfung haben, dann nimm immer die rechte Spur. Das ist am einfachsten. Wenn jetzt natürlich vor dir hier ein Roller fährt mit 25 kmh, dann überholst du den. Ist ja klar. Aber, was hat er jetzt? Waschflüssigkeit. 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 Ja. Und so ist das fast immer. Es gibt zwei, drei Ausnahmen. Da stehen dann vorher auch meistens immer so Schilder davor. Da steht dann Achtung, die linke Spur ist die geradeaus spur. Weil das halt so geregelt ist, dass die rechte Spur die einfache ist und immer geradeaus geht. Das ist erstmal wichtig, dass du das so als Basic im Kopf hast, wenn du so durch die Stadt fährst. Und dann beim Spurenwechsel, wenn du dich daran erinnerst, auf der Autobahn hast du das ja sensationell gemacht. Das war ja cool. Ja. Und im Prinzip ist das das gleiche in der Stadt. Also wenn du jetzt hier praktisch, wir fahren an der nächsten Ampel links. Und dann ist das... Wir fahren jetzt links. Ja, wir fahren jetzt links. Dann ist das Manöver das gleiche. Du checkst die Spiegel und dann checkst du einmal links aus dem Fenster raus so 90 Grad. So. Also einmal so ein... Ich weiß nicht, wie die Backstreet Boys früher gemacht haben. Und wenn du das einmal machst, dann ist dir damit safe. Also du brauchst nicht so einen ganzen Schulterblick machen, wo du das alles mitbewegst. Aber wenn du das machst, guck mal auf mich. Das ist alles cool. Das reicht dem Prüfer, ne? Wichtig ist aber, dass der unterscheiden kann zwischen dem Blick, guck mal, dem Blick. Ja, klar. Weil viele Fahrschüler wollen das dann so schnell in eins machen und machen dann so. Und dann sagt der Prüfer, bitte machen sie einen ordentlichen Schulterblick. Oder ich habe nicht gesehen, dass sie geguckt haben. Das heißt, wenn du die Spuren wechselst, machst du halt so Spiegel und dann einmal so einen Jackson zur Seite. Okay. Wie lange hast du überhaupt Zeit heute? Wann musst du wo wieder sein? Ähm, also wäre cool, wenn wir irgendwie 20 nach oder 25 spätestens wieder in der Fahrstunde sein können. Weil ich umhalte. Bist du mit dem Fahrrad da? Ja, dann sind wir 20 Minuten da, nicht, dass da was schief geht. Sonst sage ich einfach, ich hatte eine Fahrstunde. Ja, gut. Okay. Sind die da so tolerant, ja? Ja. Ja. Also, kommt auch mal an welcher die Hand. Aber meine, die Hand werde ich gleich ab. Guck mal, wir machen jetzt, weil wir die Chance haben, fahren wir jetzt geradeaus. Die Vorfahrtsstraße knickt ja nach links ab, ne? Du brauchst jetzt nicht blinken, weil wir geradeaus fahren. Wir fahren geradeaus. Wir fahren geradeaus, da rein, ne? Das einzige, was jetzt wichtig ist, ist, wenn Fahrradfahrer der Vorfahrtsstraße fahren, dass du dein Ding auf dem Schirm hast. Genau. Und ansonsten fahren wir hier geradeaus rein. Okay. Und da steht auch schon Berthold. Keine Ahnung. Bei sowas halt viel Abstand. Vielleicht fährt der nochmal rückwärts nochmal rein. Keine Ahnung. Je mehr Abstand du dann da hast, je besser ist das. Ja. Fahr ruhig weit von ihm weg, wenn der die Tür aufmacht. Und dann rechts weiter. Bleib mal ganz kurz stehen. So, wir müssen jetzt wieder rechts. Ja, das auch. Um das Gefühl her, diese Kurve, ne? Oder eine schnelle Kurve, ne? Ja, genau. Wenn du merkst, dass du nicht in die Kurve gucken kannst. Langsamer werden. Ihr nimm einfach einen ersten Gang. Also so wie du, als wir gestartet sind, hast du hier so nach links geguckt. Da hast du es genau richtig gemacht. Wenn die Vorfahrt gehabt hätten. Hier an der Stelle ist das dann manchmal kribbelig. Weil wenn die von vorne kommen, die ziehen einfach durch. Ja, klar. Da tust du dir selber einen Gefallen, wenn du dann nicht so 100% reingucken kannst, den man einfach einen ersten Gang. Ja, und jetzt siehst du ja vorne, ne? Das ist ein Dilemma hier. Da musst du dann auch eigenständig. Deswegen sind wir übrigens hier reingefahren. Weil manche Prüfer machen das so kurz vor Ende nochmal. Wenn die sich nicht sicher sind, dann fangen die einfach hier rein. Und dann musst du alleine entscheiden. Okay. Wenn du in die Spardose hier reinfährst, dann ist es natürlich... Kann ich wieder fahren? Ja, ja, klar. Dann haben sie selbst getroffen, die Entschuldigung. Bist du so mit Jan schon hier durchgefahren? Ja, am Anfang. Wir fahren nämlich nochmal wieder links. Gut. Dann hast du auch eine real Chance hier. Siehst du, wie du das alles handeln musst? Alles nacheinander, zack, gucken, blinken, Spiegel. Wenn du das im zweiten Gang machst, Filiö, also dann sitzt du hier so und bist nur noch am Kurbeln. Genau, da kommst du hier nicht vorwärts. Also zumindest nicht richtig. Guck mal, das ist noch nicht mal eine Einbahnstraße hier. Was machst du, wenn jetzt einer von vorn kommt? Entweder bleib ich stehen oder er bleibt stehen und du willst irgendeiner an die Seite fahren. Ja. Damit du auf jeden Fall safe bist in der Prüfung, bleib du als Erster einfach stehen. Und dann guck mal, was passiert. Meistens weichen die dann irgendwie auf den Gehweg aus, damit du vorbeikommst. Wenn die das nicht machen, kannst du dann immer noch in ruhe Spiegel gucken, zur Seite blinken und dann fahren wir halt hier so auf die Ecke. Auch hier nimmst du den ersten. Der schubst dich hoch, merkst du das? Und dann rechts weiter. Genau. Ja, und wenn du dich dann so verhältst, was soll der Prüfer denn dann sagen? Außer gut gemacht. Weil du fährst langsam rein. Guck mal, jetzt ist es ja wieder so eng, dass man hier nicht Platz für zwei hat. Deswegen fahr in die Mitte. Tu auch gar nicht erst so, als wäre Platz für den, der da von vorne kommt. Sonst denkst du ja gut, dann probiere ich das mal. Ja. Schau, was er macht. Zumindest fährt er langsam darüber. Jetzt mach langsamer. Langsamer. Nimm den ersten Gang. Langsamer. Richtig langsam werden, dass du auf jeden Fall das hier auch kontrollierst. Und dann fahr vorsichtig. Und ich würde jetzt, da passen wir nicht durch, langsamer werden. Und jetzt spiegel und raus. Das war's mit Gretas Fahrstunde. Das war Teil 1. In der nächsten Folge geht's weiter. Wir werden dann weiter Prüfungsvorbereitungen machen. Bis dahin erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.